Hallo, ich bin nämlich Herr Stab von Canyon Bicycles, bin Senior Product Manager und zuständig für alle Mountainbikes bis 120 mm. Ich wollte euch jetzt ein bisschen was erzählen zu unserem NERV AL 29. Das NERV AL 29 ist unser Trail 29 Fully mit 120 mm Federweg in der Gabel, 110 mm am Heck und 2,4er Reifen. Super Touren Fully, Trail Fully für Mittelgebirge, aber auch für den Altencross, für den Sportlichen und als 29er besonders geeignet für technisch schwierige Passagen. Es gibt das NERV auch noch als 27,5 Zoll Rad mit einem ähnlichen Einsatzgebiet. Wir haben die Räder nur dieses Jahr etwas stärker voneinander getrennt. Das 29er gibt es ab Rahmengröße M, also circa ab 1,74 m, 1,75 m und bis Größe XL. Die 27,5er Variante gibt es ab XS, das funktioniert zwischen 1,50 m und 1,60 m schon sehr gut und bis rauf Höhe L. Das NERV Tinti9 hat einen neuen Rahmen bekommen. Wir haben jetzt eine andere Geometrie. Die Gabel wurde abgestimmt auf 120 mm. Der Rahmen ist insgesamt etwas länger geworden und hat dadurch noch höhere Geschwindigkeiten, gerade im technisch wie jeden geläuft. Das ist auch eine sehr gute Fahreigenschaft von dem 29er. Das ist je schneller und je technischer es wird, desto sicherer fügt man sich auf den 29er. Das Rad hier ist ein Modell, was wir erst in den nächsten Wochen auf unserer Homepage veröffentlichen werden. Deswegen kann ich euch jetzt zu Preis und Verfügbarkeit noch nichts sagen. Aber bis Oktober werden sukzessiv alle unsere Serien auf der Homepage gelauncht und dazu gehört auch natürlich das NERV Tinti9 auf www.canyon.com.